Tor Nummer 1. Christian Kühlwetter beendet seine Durststrecke. Nach neun Monaten ohne Tor trifft er gegen Kiel zum 1 zu 0. Tor Nummer 2. Robert Leipertz mit einem absoluten Strahl. Das Traumtor beschert dem FCH den Heimsieg gegen Kiel. Tor Nummer 3. Das nächste Joker-Tor, das nächste zum Sieg. Und wieder Robert Leipertz. Hier zum 1 zu 0 gegen Düsseldorf.